Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Seania, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie deine Tochter geht? Und schafft sie die Prüfung, wie geht es weiter? Und das klären wir bei diesem Legung. Die Hauptthematik liegt hier in der Mitte. Dieser Blumenstrauß zeigt, dass sie wie eine Blume ist. Schön, attraktiv, weiblich. Sie hat auch Talente und Fähigkeiten. Das hat mit Kreativität was zu tun. Sie hat ein gutes Geschmack. Und sie wird auch Glück haben in ihrem Leben. Das ist eine lange Reise. Und dieses Schiff beschreibt auch ihre Hoffnungen und ihre Träume, ihre Visionen. Aber auch Ausland, Auslandskontakte und Fremdsprache. Das bringt ihr Glück. Was die Prüfung betrifft. Die Prüfung wird sie bestanden. Sie hat dieses Dokument in der Hand. Aber in der Schule, und das symbolisiert hier diesen Turm, vieles läuft verkehrt. Und das weiß sie ganz genau. Weil das, was sie auch belastet, das ist Schmerz. Das findet sie auch ungerecht. Und sie kann das nicht einschätzen. Bekommt sie die Gerechtigkeit und besteht diese Prüfung. oder sind falsch, erlebt wieder Ungerechtigkeiten. Das ist alles in die Schwebe, wie diese Wolke zeigt. Man kann das nicht wissen. Sie hat diesen Blick nicht dafür. Es ist alles undurchschaubar. Auch wenn sie talentiert ist und hat dieses Wissen, es läuft vieles ungerecht in dieser Schule. Wie das weitergeht in ihrem Leben. Wo liegen ihre Talente, Fähigkeiten? Das ist die Kreativität. Dieser Blumenstrauß kann auch Selbstständigkeit bedeuten oder eine spirituelle Richtung. Und das hat mit einer Reise was zu tun. Ausland, Auslandskontakten oder einer inneren Reise, dass sie das verinnerlichen kann und hat eine Vorstellung davon, was sie beruflich erreichen möchte. Aber was wichtig ist, das ist diese Selbstdarstellung. Und das hat sie auch. Sie ist selbstbewusst. Und sie macht ihren eigenen Weg. Und diese Prüfung wird sie bestanden. Dieses Dokument hat sie dann in Hand. Diese Selbstdarstellung kann auch Kunst sein. Ihr schauspielerischer Talent. Oder wirklich die Selbstständigkeit. Diese Energie, was sie umhüllt gerade, oder was ihren beruflichen Weg beschreibt, kann ich in Zahlen umwandeln. Es sind die folgenden Zahlen. Die Zahl 3, die Zahl 1 und die Zahl 7. Die Zahl 3 könnte bedeuten Zusammenarbeiten mit anderen, damit etwas Neues entsteht. Aber das würde ich nicht empfehlen, weil diese Zahl 1 in der Mitte zeigt ihre Stärke. Alleine das schaffen. Oder Ihre Persönlichkeit im Ausdruck bringen. Oder eigenen Weg zum Gehen. Weil diese Kontakte von außen, dieser Einfluss von außen, kann sie auch schwächen. Also wichtig ist, dass sie wählerisch ist und überlegt, wem soll sie kontaktieren und wo soll sie eher Nein sagen. Dann das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl, eigene Entscheidungen treffen, ihre eigene Meinung sagen. Und das ist wichtig, weil das entspricht ihrer Persönlichkeit. Und dann am Ende diese Zahlenreihe, die Zahl 7. Und das steht mit Mond in Verbindung. Und Mond zeigt Empfängnis. Natürlich kann das auch Schwangerschaft auch bedeuten, aber heißt auch, sie empfängt das, wovon sie träumt. Weil Mond zeigt auch die Träume, die Visionen und zeigt auch die Inspiration und ihr Intuition. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wird sie Erfolg haben? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, sie hat Erfolg, auch bei der Prüfung, auch in ihrem Lebensweg. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nee, das klappt überhaupt nichts. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, das ist sehr zögerlich, alles ein bisschen klappt, aber nicht so, wie sie das vorstellt. Die Pendel zeigt bei ihr Erfolg. Liebe Seania, so könnte ich die Situation von deiner Tochter beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susann sowie die D